Die Falzmaschine Flitzer zeichnet sich besonders durch ihr niedriges Gewicht und ihre Schnelligkeit aus. Über ein Einhebeldrucksystem erfolgt die Druckanpassung auf unterschiedliche Materialien und Materialdicken. Spezialförderrollen sorgen für ein Falzen ohne Beschädigung an der Oberfläche. Die Maschine wird eingesetzt bei geraden Scharen für Winkel- oder Doppelstehfalz. Die Universalfalzmaschine Piccolo ist abgestimmt auf die Profilscharen der verschiedenen Schlebach-Profiliersysteme. In jeweils einem Falzgang kann entweder der Doppelstehfalz oder der Winkelfalz erstellt werden. Die Piccolo ist einsetzbar sowohl in geraden als auch in gebogenen Scharen. Ein Drehgelenk ermöglicht das Verstellen der Falzrollenpaare beim Falzen von gebogenen Scharen ab Radius 600 mm.